Viele tolle Sommerrabatte gibt es von 7. bis 18. Juni im City Center Amstetten. Wie zum Beispiel 200 Euro Umweltförderung bei Intersport Winninger oder minus 50% auf jedes dritte Teil bei KULT. Außerdem minus 20% bei Le Clou Schmuck und Uhren und 4 Euro Rabatt auf Ihren nächsten Friseurbesuch bei CLIP. Viel mehr Mainz im City Center Amstetten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017